Der dritte Messetag auf der Aqua Expro in Dortmund. Wir haben hier unseren Stand. Das ist noch ein bisschen zugedeckt. Das ist der Farschat, der macht auch gerade schon ein Video. Hallo Farschat! Hallo Farschat! Bist du wieder live? Der Bastidas ist mein treuer Freund und Helfer. Wir haben auch jetzt gerade mal die Decken über unsere Aquarien weg. Und hier sind wir auf dem Gemeinschaftsstand von Aquaton Krefeld. Hier ist der Moritz. Hallo Koko! Hier wird noch an den letzten Aquascaping gearbeitet. Genau. Die letzten Spuren entfernt. Hier ist auf dem Gemeinschaftsstand auch noch der Daniel. Hallo! Umwelt habe ich. Hi! Guten Tag! Guten Tag! Und der Thomas Metzner auch noch als Kollege vom Stand. Hier ist der Chef persönlich, der Tom. Er macht letzte Vorbereitungen für den letzten Messetag. Hallöle! Hier ist unser kleiner Woody-Stand. Hier ist unser kleiner Woody-Stand. Hier ist unser kleiner Woody-Stand. Hier haben wir noch ein paar Bilder von Kevin Stockton und Sarah Höhnke. Eins haben wir schon verkauft. Das freut mich sehr. Und da kommt der Künstler direkt persönlich, der Kevin. Hallo Kevin! Hallo! Hallo! Du bist noch? Dirk! Der Dirk! Hi! Der Dirk! 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 Vielen Dank. Vielen Dank.